Willkommen an der Nordsee auf Wangerooge in der Villa Verdi. Die Villa Verdi befindet sich in zentraler Lage direkt hinter der Kurpromenade. Sie verfügt über exklusiv ausgestattete Ferienwohnungen. Mit einem Fahrstuhl gelangen Sie ganz bequem in die Wohnung 7. Treten Sie ein in diese moderne Ferienwohnung. Gegenüber vom Eingang befindet sich gleich das Schlafzimmer. Es verfügt über ein Doppelbett, Schränke, Nachttische und einen Fernseher. Gleich daneben befindet sich das modern eingerichtete Badezimmer. Es ist hell gefließt. Es verfügt über hochwertige Armaturen und eine Echtglasdusche. Auch in dieser Wohnung ist die Sauna obligatorisch. Folgen Sie uns in den Wohnbereich. Hier gibt es eine gemütliche Sitzecke, ein Flachbildschirmfernseher, einen Essplatz für vier Personen und eine sehr modern gehaltene Einbauküche. Alles ist sehr geschmackvoll eingerichtet, ganz wie zu Hause, einfach ein Ort, um den Urlaub zu genießen. Die Einbauküche verfügt über einen großen Herd- und Backofen. Sind Sie neugierig geworden? Wollen Sie auch hier Ihren Urlaub in der Villa Verdi verbringen? Dann melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns. Wollen Sie sich bei uns.